Ja, wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu Gay Tony und wie ihr seht, diesen Bug gibt es nicht nur bei Johnny, sondern den gibt es auch hier. Hallo, hübsche Frau. Ähm, ja, ich wollte es euch nochmal zeigen, weil ich finde es halt immer noch witzig, dass man einfach nichts sieht, wo man ist. Nur die Waffe. Was ist denn das da für eine Figur? Ja, ein ganz kleines Outtake für euch, meine Freunde. Ich dachte, das gefällt euch vielleicht, das nochmal zu sehen. Wir gehen mal raus auf die Straße, mal gucken, wie lange wir überleben. Wir gehen einfach ein bisschen ballern, wie gesagt, es soll nur ein kleines Outtake werden. Das Blöde ist, ich würde ja auch gerne mal eine Mission machen, also so hier halt, ohne dass man groß was sieht. Problem ist nur, man sieht auch keine Karte. Man hat halt auch keine Karte, deswegen, ich weiß nicht, wo ich hin muss für eine Mission, also das ist schwierig. Jetzt kommt endlich mal die Polizei, ach so, ja. Ich sehe ja bloß die Waffe der Polizei, sobald ich drauf ziele. Da ist noch eine Waffe, die schwebt. Da ist noch ein fetter Polizist. Die scheint aber erst zu verschwinden, wenn man eine bestimmte Nähe hat, weil wie man sieht, der dicke Polizist da hinter der... Hinter der Dingens da, der hat noch... Da muss noch irgendwo jemand sein. Der dicke Polizist, der sich hinter der Ecke versteckt hat, hinter der Häuser Ecke, der war halt deutlich noch zu sehen. Das macht aber irgendwie Spaß, ins Nichts zu schießen, oder nur diese Plutspritzer zu sehen, wie sie... Ja, aus dem Nichts quasi herausfliegen. Mehr Polizisten, ich hatte nur schon vier Sterne, wie lange dauert das? Ich meine, ich gehe nicht mal in Deckung, oder sowas. Und sehe die Leute nicht mal. Die können mich ja sehen, weil das ist ja Computer, so. Der weiß ja, wo ich bin, logischerweise. Ich weiß es nicht so genau. Zum Glück habe ich so viel Schuss von der... Von der Waffe. Ich werde natürlich nicht speichern, um hier meine ganze Munition abgebraten zu haben, sondern... Ich fange dann einfach nochmal von der... Stelle an, wo wir... Vorher gespeichert hatten. Hier, da sieht man sie noch, also sind sie noch nicht nah genug dran. Ja, das ist dann logischerweise etwas einfacher. Was? Die Waffe schießt nicht weit genug, um den da zu treffen? Hätte ich ihnen aber nicht gedacht. Oh, ich habe schon fünf Sterne, mir fehlt nur noch ein Stern. Für sechs Stück. Aber ich finde es immer noch krass, dass so wenig Polizei kommt. Hallo? Hier ist ja jemand. Warum hat denn der mich nicht erschossen? Hier ist auch jemand. Das ist krass, wie die hier alle rumhängen. Und ich die nicht sehe und die aber mich nicht erschießen. Ich meine, ich habe ja echt nicht viel Energie gehabt. Und Rüstung auch nicht. Was ist denn mit denen los? Wovon wir schießen? Wovon wir schießen? Ah, schade. Hat er jetzt sechs Sterne? Ich glaube nicht, oder? Naja, egal. Macht's gut. Euer verrückter Pax ist, wie gesagt, ist nur ein Outtake. Ich glaube nicht, das ist nur ein Outtake. Vielen Dank.